Als Kray, bisweilen auch Ostpolen, wurden die nach dem Zerfall der Kiewer R.U.S. 1240 zum Königreich Polen gekommenen rutenischen Gebiete bezeichnet. Nach der Vereinigung mit dem Großfürstentum Litauen, zu welchem jene Territorien zu einem großen Teil, speziell im Norden, gehörten. Zur Königlichen Republik Polen-Litauen verstand man darunter ab 1569 die gesamten zur polnischen Krone gehörigen östlichen Landesteile. Die sich bis an den DNEPR, der die Grenze zum Kanat der Krim bildete, erstreckten. Bis zu den Teilungen Polens waren damit die östlichen Grenzregionen von Polen-Litauen gemeint, die damals auch Wildesfeld genannt wurden. In der Zeit der Zweiten Polnischen Republik zwischen 1918 und 1939 bezeichnete man mit dem Begriff die östlich der späteren Körsenlinie gelegenen Gebiete, welche zu großen Teilen in den 1920er Jahren durch Polen annektiert wurden. Im September 1939 fiel das Gebiet im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes unter sowjetische Besetzung. Die Territorien wurden innerhalb der Sowjetunion an die jeweiligen Sowjetrepubliken rückgegliedert und sind seit dem Zerfall der Sowjetunion. Weiterhin Teil der nun unabhängigen Staaten Litauen, Weißrussland und der Ukraine. Etymologie Kreis ist ein Germanismus der polnischen Sprache. Das polnische Wort wurde als Schreibenorm im 18. und 19. Jahrhundert von der deutschen Schriftsprache adoptiert. Aus dem alten mittelhochdeutschen Wort Kreis oder Kreis in der mittelniederdeutschen Sprache. Geschichte Polen-Litauen Ein Teil der Kreis, damals auch Wildefelder genannt, war seit dem frühen 15. Jahrhundert Teil Polens. Mit der Bildung der Republik Polen-Litauen gelangten umfangreiche rutenische Gebiete des Großfürstentums Litauen hinzu. Teilungen Polens Das Jahr 1772 markiert den Anfang der russischen und österreichischen Eroberungen Ostpolens, die 1795 mit der endgültigen Teilung Polens abgeschlossen wurde. Die Teilung wurde in drei Schritten vollzogen. 1772 besetzte Russland ca. 92.000 Quadratkilometer im Osten und Österreich ca. 83.000 Quadratkilometer im Südosten Polens. Gleichzeitig besetzte Preußen Territorien im Westen Polens. 1793 besetzte Russland große Gebiete östlich der Drojapinsk-Zedbrutsch-Linie, die ca. 250.000 Quadratkilometer umfassten. Preußen drängte weiter nach Nordosten, wohin ging sich Österreich diesmal nicht beteiligte. 1795 besetzte Russland ein ca. 120.000 Quadratkilometer großes Gebiet östlich der Bug- und der Niemiro-Grotten-O-Linie. Österreich und Päusen besetzten die restlichen Gebiete Polens im Süden und Westen. Punkt. Diese Periode der Geschichte Ostpolens ist geprägt von religiöser und nationaler Verfolgung, die in mehreren polnischen Aufständen gegen Russland mündete. Nach der Niederschlagung der Aufstände wurden Verfolgung und Unterdrückung noch intensiviert. Die Annexion Ostpolens durch Russland war jedoch nicht nur in dieser Hinsicht eine nationale Katastrophe. Auch die kulturelle und soziale Entwicklung stagnierte und ging sogar teilweise auf das russische Niveau zurück. So zum Beispiel gehörte das russisch besetzte Ostpolen zu den Regionen Europas, die am längsten von der Leibeigenschaft betroffen waren. Erst 1864 wurde sie abgeschafft. Die Wiederbegründung des polnischen Staates, der nach dem Ersten Weltkrieg in Abgrenzung von der Życzpospolita als Zweite Republik bezeichnet wurde, war in der Geschichte der Kray eine stürmische und kriegerische Periode. Zwischen November 1918 und März 1921 führte Polen zwei Kriege um diese Region, den polnisch-ukrainischen Krieg sowie den polnisch-sovjetischen Krieg, der mit dem Frieden von Riga endete. Polen konnte das Kriegsziel, die historischen, nach 1772 verlorenen Gebiete zurückzuerobern, nur teilweise erreichen. 1939 bis 1941 Ostpolen wurde im September 1939 nicht von der Wehrmacht, sondern in Folge des am 23. August 1939 in Moskau unterzeichneten Geheimprotokolls des deutsch-sovjetischen Nicht-Angriffspakts von der Roten Armee besetzt. Nachdem zwei sowjetische Heeresgruppen am 17. September 1939 in Ostpolen einmarschierten, die neue deutsch-sovjetische Grenze wurde am 28. September im Grenz- und Freundschaftsvertrag festgelegt und hatte bis zum Beginn des deutschen Unternehmen Barbarossa am 22. Juni 1941 Bestand. Im Juni 1941 drängen die deutschen Truppen in wenigen Wochen mehrere hundert Kilometer nach Osten ein und besetzten somit für knapp drei Jahre auch die Kray. Bis Januar 1944 konnte die Sowjetunion die Gebiete östlich der ehemaligen polnischen Ostgrenze vor dem 17. September 1939 zurückerobern und bis Juli 1944 die im Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 festgelegte Grenze erreichen, die fast genau der heutigen Ostgrenze Polens entspricht. Nach Kriegszeit nach dem Krieg wurden die Gebiete ein Teil der ukrainischen SSR, weißrussischen SSR und litauischen SSR und verblieben auch nach deren Unabhängigkeitserklärung Anfang der 1990er Jahre innerhalb ihrer Grenzen. Nach Kriegsende lebte in den Kray eine Bevölkerungsminderheit von rund 1,8 Millionen polnischen Staatsbürgern. Diese Polen wurden nach Kriegsende aufgefordert, freiwillig in den Westen zu ziehen und mussten andernfalls mit der Zwangsumsiedlung rechnen. Nach 1945 siedelten sie überwiegend nach Polen um, vor allem aber in die ehemaligen Ostgebiete des Deutschen Reiches überwiegend nach Schlesien. Dennoch existiert in dem Gebiet nach wie vor eine polnische Minderheit. Fußnoten Samuel Bogumielinde Wörterbuch der polnischen Sprache 1807 Krzysztof Jasiewicz Zaglada Polskich Krzysztof Ziemienstwo Polski Enakresach Polnoknowi Schottnisch Zypus Politei Pod Okupek Zsięsovika 1939-1941 Warschau 1998 ISBN 838-6-8-5 5781-1 Granice Ipogranikza Zsiężycki Historia Materialimiziner Roddowie Konferenz Ginauco W. Warsawa 27-28 Mai 1993 Universite Warsawski Stanislav Dubisz S. 43 S. 45 S. 121. Heinre Bass Vor 50 Jahren und heute Estland zwischen Deutschland und der Sowjetunion Eine historiografisch-chronologische Einführung in Robert Bohn Jürgen Ellwert Heinre Bass Michael Salewski Neutralität und totalitäre Aggression Nordeuropa und die Großmächte im Zweiten Weltkrieg Steiner Stuttgart 1991 S. 32 Joachim Rolfes Historische Gegenwartskunde Handbuch für den politischen Unterricht Wandenhöck und M. Ruprecht Göttingen 1970 S. 548. Stanislav Ciesjelski Welejim Jashboru G. Presidleni Ludnosi Polski A. Z. Kresow Schott Nichto Polski 1944-1947 Wüderfnik Tuneriton Warschau 2000 ISBN 978-8386842568 Punkt Thomas Orban Der Verlust Die Vertreibung der Deutschen und Polen im 20. Jahrhundert Beck München 2006 ISBN 978-3406-541568 S. 152-153 Kriste W Blue Hier Hier Vielen Dank.